Hättest du bei deinem letzten Spiel, das war hier im Mai 2016 gegen Fortuna Düsseldorf gedacht, dass du nochmal hier aufläufst an der Hamburger Straße? Ne, also dass ich nochmal hier im Stadion auflaufe, tatsächlich nicht. Ich hatte schon immer im Hinterkopf, dass ich nochmal zu Eintracht Braunschweig zurückkehren würde oder könnte. Und es war ja auch dann so geplant, dass ich nochmal in die zweite Mannschaft komme. Aber da ist ja so geplant, dass die Spieler auf dem B-Platz ausgetragen werden. Ja, jetzt ist es tatsächlich nochmal dazu gekommen. Was ist dir so durch den Kopf gekommen, als du wusstest, dass du von Anfang an spielst? Und wie hat es sich dann vor allen Dingen auf dem Platz angefühlt? Ja, das ist schon irgendwie eine besondere Anspannung wieder gewesen. Also auch vor meinem Spiel natürlich jetzt in der zweiten Mannschaft in der U23 ist man da in gewisser Weise angespannt. Aber es war schon was Besonderes wieder. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ich da angerufen wurde, dass ich erstmal mittrainieren durfte. Und auch als ich erfahren habe, dass ich von Anfang an spiele, habe ich mich natürlich gefreut. Und ja, war ja nicht nervös, aber das ist eine ganz besondere Anspannung, die ich da hatte vor dem Spiel. Du hast es schon angesprochen, du wurdest angerufen. Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wie der Kontakt zu André Schubert so zustande kam und wie es dann wirklich dazu gekommen ist, dass du jetzt wieder bei den Profis bist. Ja, ich habe letzte Woche Montag angefangen zu arbeiten in der normalen Berufswelt, sage ich mal so. Hier bei unserem Sponsor auch folgt, sagen Financial Services. Und hatte da Montag meinen ersten Arbeitstag. Und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich einen Anruf gehabt von dem Trainer, von dem Herrn Schubert. Und er hat gesagt, dass er mich gerne mal im Training dabei haben würde und ob ich darauf Bock hätte. Und ja, schon da habe ich natürlich gesagt, dass ich mich da auf jeden Fall sehr darüber freue und dass ich natürlich gerne zum Training komme. Wie sieht er so deine Rolle im Team und was meinst du, kannst du der Mannschaft auch noch mitgeben? Ja, also er hat mich jetzt ja eingeplant da im zentralen Mittelfeld. Es hat mich auch gefreut, dass ich da im ersten Spiel direkt von Anfang an ran durfte. Ja, es wird immer nach Eigenschaften gesucht, die man da noch irgendwie in der Mannschaft gebrauchen kann. Dann kam auch der ein oder andere verletzte Spieler da hinzu, wo dann auch mal geschaut wurde, was haben wir eigentlich jetzt noch für Spieler im Verein. Und ja, ich denke, so ist er dann auch für mich aufmerksam geworden. Und ja, ich sehe meine Rolle, also ich versuche mich halt so gut es geht einzubringen. Die Jungs habe ich jetzt kennengelernt und ja, es macht mega viel Spaß. Und ich habe das ja auch schon nach dem Spiel gesagt, wenn ich gebraucht werde, dann werde ich alles dafür tun, um meine Qualitäten, die ich habe, irgendwie bestmöglich einzubringen. Hast du dir trotzdem vor dem Spiel noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ob es jetzt gerade nach einem halben Jahr Oberliga auf Anhieb für ein Drittligaspiel reicht und dann vor allen Dingen auch noch über die vollen 90 Minuten? Ja, natürlich. Ich habe mir viele Gedanken gemacht vor dem Spiel. Und ich kann jetzt auch nach dem Spiel sagen, dass es halt von der Intensität her schon ein deutlicher Unterschied ist. Ich habe das auch selber gemerkt, dass ich nach dem Spiel schon ziemlich platt gewesen bin. Aber ja, so laufen konnte ich eigentlich immer, weil wir wollten mir glaube ich auch so nachgesagt. Und ja, je nachdem wie das jetzt auch geplant ist, glaube ich, dass man das auch ganz schnell wieder nachholen kann, wenn dann überhaupt in der konditionellen Sicht oder so in der Athletik da irgendwie was fehlt. Ja, die Fans haben dich bei jedem gewonnenen Zweikampf gefeiert, auch vor und nach dem Spiel. Wie nimmt man das so auf dem Platz wahr und pusht einen das dann nochmal zusätzlich? Ja, natürlich. Ja, ich habe mich gefreut, dass sie mich da persönlich auch dann immer so gepusht haben, mehr oder weniger. Das ist ja so. Es gibt ja diesen Heimvorteil und wenn da Zuschauer hinter einem stehen, dann ist das immer von Vorteil. Und ja, es wäre gut und ich würde mich darüber freuen, wenn die Zuschauer uns als gesamtes Team halt jetzt für die restliche Saison weiterhin so unterstützen und immer positiv auch bleiben. Ich glaube, das ist wichtig, um diesen Vorteil dann halt auch noch mit auf den Platz zu bringen. Am Ende stand trotzdem dann eine bittere 0 zu 1 Niederlage gegen Halle. Die Situation ist unverändert schwierig. Das lässt sich auch nicht schönreden. Worauf kommt es jetzt gerade in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause an, um noch möglichst viele Punkte zu sammeln? Ja, ich glaube, die letzten beiden Spiele, das ist nicht leicht jetzt in Cottbus und dann spielen wir noch in Karlsruhe. Und ja, der Abstand ist jetzt neun Punkte. Ich glaube, wir haben da eine Chance irgendwie nochmal dran zu kommen. Und deswegen liegt jetzt auch, ich glaube, dass die Begegnung jetzt in Cottbus schon wichtig ist, um da nochmal irgendwie den Abstand zu verringern. Und ja, dann noch mit einer größeren Hoffnung, die wir alle noch haben, dann in die Rückrunde zu gehen. Beziehungsweise nach der Winterpause wieder anzuknüpfen und den Rückstand weiterhin noch zu verringern. So dass wir dann am Saisonende hoffentlich keinen Rückstand mehr haben, sondern über dem Strich stehen. Genau, dann nochmal konkret Cottbus, das ist jetzt am Samstag um 14 Uhr. Was erwartet euch da für ein Gegner? Ja, also ich habe auch schon einige Male dort gespielt. Ich kenne den Herrn Wollitz, den habe ich damals auch kennengelernt. Und ja, das ist ja schon so ein verrückter, positiv verrückter Trainer, der da wirklich mit kompletter Leidenschaft auch an der Seitenlinie steht und die Mannschaft pusht. Und ja, ich glaube auch, das wird wieder ein ganz intensives Spiel werden. Es ist nicht einfach da zu spielen. Die haben auch ein gutes Publikum hinter sich, wo wir wieder bei dem Heimvorteil sind, dass die Mannschaft da versucht zu pushen. Und ja, wir müssen da komplett gegenhalten, versuchen unser Spiel durchzusetzen und dann mit aller Macht versuchen auch das Spiel zu gewinnen. Alles klar, dann viel Erfolg dafür am Samstag und vielen Dank dir. Ja, danke auch.